Du möchtest eine Immobilie kaufen und es handelt sich dabei um ein Fertighaus und du weißt nicht genau, kannst du das machen, kannst du ein Fertighaus kaufen oder gehst du da Risiken ein? Darum geht es in dem heutigen Video. Ich selber habe vor vier Jahren genau vor der gleichen Frage gestanden. Wir haben ein Angebot für ein Fertighaus bekommen in Berge-Stadtbach, was uns sehr gut gefallen hat. Bis dato kannte ich aber nur Negatives zum Thema Fertighaus. Ich habe gehört, die Wände sind dünn, der Verkaufspreis ist nicht so gut und teilweise gibt es auch gesundheitliche Gefahren. Dem wollte ich natürlich näher auf den Grund gehen, also habe ich angefangen zu recherchieren. Und in der Tat ist es so, dass Immobilien aus den 60er, 70er, 80er Jahren ganz andere Baustoffe verwendet haben, als es heute noch der Fall ist. Üblicherweise besteht ein Fertighaus aus einer sogenannten Rahmenständerbauweise, also einer Leichbauweise auf einem massiv gemauerten oder massiv gegossenen Fundament oder zum Beispiel einem Keller. Und diese Holzständer, die wurden einfach, um die Feuergefahr zu reduzieren oder zum Beispiel auch Holzwürmer zurückzuhalten, mit Formaldehyd-haltigen Stoffen lasiert. Also Formaldehyd oder Lindan, DTB, Weichmacher, Purine, alles Dinge, die damals zum Einsatz kamen, die mittlerweile aber als gesundheitsgefährdende Stoffe eingestuft werden. Und natürlich ist die Frage, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, was mit diesen gesundheitsgefährdenden Stoffen behandelt war, gibt es da in der Zukunft noch Probleme? Und in der Tat kann es sein, dass selbst bei Immobilien, die 20, 30 Jahre alt sind, diese Stoffe immer noch auch in die Raumluft ausweichen. Und genau das muss überprüft werden. Und deshalb sollte man immer bei einem Fertighaus ein Raumluftgutachten machen lassen. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, dann eine mikrobiologische Untersuchung zu machen. Das läuft so ab, dass hier ein Teil der Raumluft entnommen wird und das Ganze dann im Labor untersucht wird, nach den gängigen Stoffen. Das haben wir damals auch machen lassen und ich war ganz gespannt auf das Ergebnis des Raumluftgutachtens und ich war sehr froh, als ich das in den Händen gehalten habe und gesehen habe, dass alles so weit in Ordnung ist. Aber es gibt auch Kunden, bei denen ist es nicht so gekommen. Wir haben in der Vergangenheit einige Kunden kennengelernt, die nicht auf ein Raumluftgutachten geachtet haben und die dann im Nachgang das böse Erwachen erlebt haben. Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Kundin sogar gezwungen war, aus dem Haus auszuziehen. Und das Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt so ein Haus kauft und es nicht untersucht, dann werdet ihr dieses Haus nicht mehr verkauft bekommen. Weil ihr seid ja verpflichtet, dann dem neuen Käufer zu sagen, dass es eine Raumluftbelastung gibt. Und das ist natürlich dann der absolute Super-GAU. Grundsätzlich kann man sowas auch sanieren. Es gibt die Möglichkeit auch zum Beispiel eine Raumluftbelastung zu neutralisieren, aber halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, aber ob es dann hinterher auch wirklich möglich ist, steht auf einem anderen Blatt. Deshalb am besten vorher prüfen und idealerweise habt ihr gar keine Belastung und kauft nur ein Haus, wo ihr wirklich auch ganz ruhigen Gewissens einziehen könnt und der Familie keine gesundheitlichen Gefahren aussetzt. Der nächste Punkt ist, dass oftmals auch aus Häusern der 70er, 80er Jahre teilweise Asbest verwendet wurde. Teilweise in der Fassade, teilweise in dem Fußboden, in den Decken. Auch das erkennt man nicht immer auf den ersten Blick. In so einem Fall macht es immer Sinn, wenn ihr das Gefühl habt, da könnte Asbest verbaut sein, dass ihr hier auch eine mikrobiologische Untersuchung machen lasst. Es werden Proben entnommen und es wird genau geschaut, ist es Asbest oder nicht. Der dritte Punkt ist, dass wenn ihr ein Haus besichtigt und ihr merkt, es riecht sehr unangenehm in der Immobilie, es ist ein muffiger Geruch, dann ist das immer ein Anzeichen für sogenannte Chloranisole. Chloranisole sind Pilze oder Bakterien, Mikrobakterien, die sich auch in das Holz zwischen den Wänden festsetzen. Das passiert meist dann, wenn wir eine Undichtigkeit haben in dem Bestand in der Immobilie und dadurch letztendlich hier Feuchtigkeit eindringt. Das Problem bei diesen Chloranisolen ist, dass sie von Jahr zu Jahr schlimmer werden können, wenn es nicht erkannt wird, wo die Quelle herkommt. Auch hier besteht die Möglichkeit, das mit Absorbermatten wieder zu reparieren oder wieder instand zu setzen. Aber auch das ist ein sehr aufwendiges Unterfangen, weil man teilweise nicht sofort erkennt, wo hier sozusagen die Verursachung ist. Deshalb, idealerweise kommt ihr in ein Haus und es riecht überhaupt nicht oder es ist ein angenehmer Geruch, immer ein Hinweis darauf, dass alles okay ist. So wie es zum Beispiel auch in unserer Immobilie der Fall war. Erkennt man übrigens auch sehr gut daran, dass wenn eine Immobilie zum Beispiel verklinkert ist, also quasi eine Verklinkerung angebracht wurde, dass hier zusätzlich nochmal für eine sehr, sehr gute Dämmung gesorgt wird. Fertighäuser, wo wir einfach nur eine normale Betonplatte als Fassade haben, sollte man sich genauer anschauen. Der nächste Punkt ist, dass bei den meisten Fertighäuser nicht unbedingt vollumfängliche Objektunterlagen vorliegen. Und vor allem die Baupläne sind ganz entscheidend, weil ihr letztendlich vielleicht ja auch mal Umbaumaßnahmen durchführen wollt. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, wo sind die tragenden Ständer, wo sind die tragenden Balken, damit ihr da einfach auch eure individuellen Umbaumaßnahmen durchführen könnt. Auch ein wichtiger Punkt. Wir haben das alles ganz konkret checken lassen. Wir hatten auch Glück, dass unser damaliger Verkäufer super nett war und auch ein großes Interesse daran hatte, selber auch zu wissen, was ist mit seiner Immobilie. Wenn ihr aber merkt, dass der Makler oder der Verkäufer keinen Raumluftgutachten akzeptieren oder es nicht wollen, dann werdet hellhörig. Es kann sein, dass sie vielleicht Dinge wissen und euch die Dinge nicht sagen wollen. Das ist immer ein gutes Indiz. Wenn ihr grundsätzlich eine Immobilie prüft und wenn es ein Fertighaus ist, was den Anforderungen entspricht, ein positives Raumluftgutachten hat, keine gesundheitsgefährdenden Stoffe verbaut wurden, dann ist es auch eine gute Idee, auch ein Fertighaus zu kaufen. Da macht ihr definitiv nichts verkehrt. Ich für mich kann persönlich sagen, wir haben kein Problem mit Lautstärke. Die Wände sind sehr gut gedämmt. Wir haben auch kein Problem mit massiven Wärmeverlust. Auch das ist völlig in Ordnung, sodass es wirklich ganz, ganz stark darauf ankommt, was es für ein Haus ist und was ihr da kauft. Wenn ihr dazu konkrete Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir werden unten im Video euch auch mal zeigen, wie so ein Raumluftgutachten aussieht. Ich werde mein eigenes unten mal verlinken. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ruft an. Abonniert bitte unseren Kanal. Folgt uns und schaut euch auf jeden Fall unsere weiteren Videos an. Bis dahin. also kann sich ber帮ck mit dem Orten общеegener. Und dann geh턴 rein,